Nach dem Webinar hoffe ich, dass die Fragen, die jetzt hier aufgelistet sind, beantwortet werden können von allen. Das sind die Fragen, die mir beim Thema Unfallversicherung als erstes einfallen, wenn ich meine Beratungstermine habe. Und da geht es eben darum, ist die private Unfallversicherung wirklich sinnvoll? Eine andere Frage, die da meistens Thema ist, brauche ich denn persönlich eine Unfallversicherung? Natürlich gibt es da Unterschiede. Bin ich angestellt? Bin ich verbeamtet? Bin ich selbstständiger? Bin ich Freiberufler? Und ergänzend dann die Untergruppen. Wie funktioniert überhaupt die Unfallversicherung? Was leistet sie? Und vor allen Dingen, wann leistet sie? Hier müssen wir ganz klar sagen, die selbstständige Tätigkeit ist nicht versichert. Das heißt, wenn was passiert, gibt es nichts. Grob den Überblick, ein Unfall heißt nicht immer zwangsläufig, dass man mit dem Auto irgendwo gegenfährt und Schaden hat. Die Unfallversicherung umfasst viel, viel mehr. Das Wichtigste, was hängen bleiben sollte, ist das, was die private Unfallversicherung leistet.